Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Mini-Video und zwar will ich nur geschwind sagen, dass ja heute das Empress-Giveaway im Stream stattfindet. Also nicht vergessen, ja, schön rankommen und mit dabei sein. Gut, okay, ich mache jetzt alles an, 18 Uhr geht's los, ihr wisst ja wie der Hase läuft und dann sehen wir uns gleich im Stream. Bis gleich!